so willkommen zu einer neuen folge pokémon go beziehungsweise wir wollen eine kleine runde go battle league machen denn ich habe gestern war dies das denn hier jetzt hat dieses komische labras auch noch ein geschenk gefunden das macht es doch sonst nicht da ich das labras gerade frisch eingewechselt habe kann ich das nicht abholen ich muss erst wieder hier in die einstellungen muss nach jentiger ausstellen wie ihr an meiner sprache erkennt habe ich schon ein bier getrunken eigentlich war ich gerade unterwegs und habe die viktini spezialforschung gefilmt und dann hat mich jemand angesprochen und gesagt bla 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 dann habe ich gesagt bla 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 und auf einmal fängt er an mit ja komm hast du zeit setz dich doch zu mir möchten bierchen trinken jetzt haben mit zusammen ein bierchen getrunken aus dem einen sind zwei drei vier geworden auf jeden fall und ich habe gedacht nein ich muss ja noch heim ich muss ich wollte ja noch was filmen und zwar möchte ich euch was zeigen bei meinen medaillen welches jetzt hier genau veteran der hyperliga ich habe 199 von 200 sprich sobald ich noch einen kampf in der hyperliga gewinne bekomme ich die gold medaille außerdem bin ich bei vier von fünf kämpfen kann die pokémon belohnung abholen bin gerade rang 7 das heißt wir können den letzten kampf noch machen wenn wir gewinnen ist das set zu ende ich kriege die pokémon belohnung und ja ich kriege die pokémon belohnung ich kriege die gold medaille ich kriege einfach alles ich weiß nicht wieso das warum ist das team nicht mehr da ich habe doch extra das team ausgewählt jetzt muss ich es extra neu machen giratina nehmen wir nämlich hier immer rein dann nehmen wir das macho mai und wir nehmen das labras ich habe gestern die ganze zeit gekämpft mit dem labras kein labras da ich glaube labras ist tot müssen wir mal gucken labras was was geht mit dir wo bist du ich sehe kein labras wo ist denn das labras jetzt habe ich das labras extra als best buddy ernannt habe es zum buddy gemacht wollte das jetzt nehmen für die hyperliga aber irgendwie ist das jetzt wirklich so ja wenn das best buddy ist dass es dann über 25 kommt und deswegen nicht mehr rein zählt das wäre ja richtig quatsch ich verstehe es nicht keine ahnung ich muss mal kurz zurück trainer kam verlassen müssen wir kurz aufs labras gehen müssen uns das labras mal kurz angucken jetzt hat das labras nämlich als best buddy 2538 da hat der benny wohl nicht recht gehabt und der django hat recht gehabt dass sobald du das anlegst und das über die wp kommt auch als best buddy dass du das nicht mehr wählen kannst in der liga das ist natürlich richtig mies ich habe das doch eigentlich best buddy gemacht damit ich das eben wählen kann wozu soll ich sonst nehmen keine ahnung dann kann ich es auch jetzt wieder weg machen ihr seht die folge zieht sich kumpel chronik wir nehmen einfach mal was anderes von hinten angefangen was haben wir hier das ist alles durch mit tricke fallo müsste ich weitermachen genau tricke fallo wäre dann dran braucht noch herzen jetzt habe ich aber keine kein best buddy bonus das heißt wenn ich jetzt auf team gehe das team ist auch jetzt da 2-4 2-4 2-5 verstehe ich nicht das ist aber kompliziert ne sag ich euch wir müssen immer noch wir machen den letzten kampf das ist das team was ich aktuell immer in der hyperliga nehme mein giratina mein machomai mein labras zwei sind shiny eins ist normal das ist vielleicht nicht das sinnvollste beste team aber das ist das team was ich die ganze zeit nehme ich möchte jetzt einfach mal den letzten kampf machen entweder gewinne ich und wir kriegen die goldmedaille oder ich verliere und wir kriegen trotzdem die pokemon belohnung wir fangen erstmal an gegen visaflor wir kämpfen da tut sich nicht viel ich denke mal der wechsel bestimmt eh gleich aus giratina ist eigentlich ganz cool im lead da es sehr schnell auch seine attacke immer voll hat es haut halt mal drauf es ist jetzt nicht sehr effektiv es macht trotzdem ein bisschen schaden er wechselt das ist sehr gut jetzt sind wir sehr effektiv der gegner aber auch theoretisch sind wir aber im vorteil denn wir können ja schon unsere attacke machen eher nicht wir lassen seine natürlich durch wenn er jetzt eine machen will kein problem schild brauchen wir da nicht labras könnten wir auch nehmen labras wäre jetzt auch sehr effektiv mit eis er haut ja auch einmal drauf wir hätten auch auf die geist attacke gehen können das wäre auch sehr effektiv das ist ja das gute wenn er nochmal angreift würde ich jetzt aber ein schild machen dass ich das überlebe kommt es überhaupt dazu ich habe nochmal meine lade attacke wenn er jetzt schildet hat er ein schild verloren wenn er nicht schildet hat er ein pokémon verloren dann ist eine kleine zwickmühle für ihn er hat nicht geschildet er hat ein melmetall puh was nehmen wir eigentlich maromai maromai kampf müsste sehr effektiv sein ich denke aber mal er wechselt gleich wieder aus macht er nicht er greift an vor allem wie viel hat er jetzt gemacht er hat einmal angegriffen und hat schon direkt und hat schon direkt sein move voll oder was was ist ich verstehe es nicht melmetall war ja was wo sich aufgeregt wurde dass melmetall einfach so ein bastard ist jetzt haben wir gesehen auch warum kämpft nicht mit melmetall seid fair warum nehme ich eigentlich kein melmetall ich weiß es nicht wir haben auf jeden Fall drauf jetzt hat er sein nee sein erstes schild weg wir hätten auch jetzt labras nehmen können ich lasse das mal durchgehen wir hätten labras nehmen können vielleicht ist eigentlich doof wenn wir natürlich hier so einen pflanzenpokémon haben aber trotzdem mit der eisattacke können wir da vielleicht noch was anrichten der quick move macht auch ein bisschen schaden das werden wir natürlich ab er ist natürlich schlau macht matschbombe jetzt haben wir es eigentlich umsonst abgewehrt wir laden unsere moves auf ich habe kein schild mehr er hat noch zwei schilde wir hauen direkt mal den ersten move raus und vor allem hat er jetzt sicherlich elektroattacken gegen das labras übrig das heißt eigentlich stehe ich richtig schlecht da er ist eigentlich im vorteil sehen wir auch jetzt mal gucken was er macht selbst wenn er steinhagel macht steinhagel trifft auch effektiv wir kommen trotzdem noch mal durch mit dem surfer vielleicht schaffen wir es noch einen surfer zu laden bevor wir down sind glaube ich eigentlich nicht aber ja aufgeben ist keine option einfach weitermachen weitermachen und er ist da mit der gegnerischen attacke das heißt wir haben den letzten kampf verloren das ist immer so das ist das ist vollkommen normal wenn ich spiele und keiner zuguckt ich gewinne ich gewinne ich gewinne ich gewinne ich gewinne sobald ich das erste match mit euch zusammen mache in einem video ich verliere vielleicht sollte ich aufhören mit euch zusammen Videos zu machen wir haben jetzt hier ein Dalla Porenda bekommen 947 wir fangen das mal schnell ein ich habe nämlich Lust dann noch eine Folge Ramses Kitchen zu drehen mit Angel Benz Reis vier Packungen die packe ich mir dann alle in eine Schüssel rein gucken wann ich das online stelle eigentlich könnte ich es einfach essen ich habe Hunger was muss man das den filmen wir sind ja hier nicht bei die Hottendotten das Dalla Porenda haben wir jetzt auf jeden Fall auch gefangen wir gucken uns auch mal die Bewertung an was das sagt 15 15 12 ist das gut ist das schlecht was sagt ihr ich habe keine Ahnung wir haben auf jeden Fall trotzdem ein bisschen was gewonnen das heißt wir rutschen ein ganz kleines Stück auf Rang 8 zu wir wollen aber einen Sieg wie Fehler beim Abholen der Rangbelohnung was ist denn jetzt schon wieder man 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 jetzt jetzt bin ich schon im nächsten Rang und habe noch gar nichts gemacht wir brauchen trotzdem einen einzigen Sieg für die Goldmedaille ich möchte dieses Mal das Video auch nicht so lange machen ich habe sonst immer wenn ich GBL gespielt habe immer eine Stunde gemacht glaube ich eine Stunde gekämpft immer drei Sets durch ein Set muss dieses Mal reichen in der Hoffnung einen Sieg mitzunehmen wir haben hier das Grand Bull okay wir machen natürlich bis wir unseren ersten Move haben machen hier einmal Drachen Klaue drauf dann ich weiß nicht ob es mir was bringt würde ich wechseln auf das Labras gut er wechselt auch hinterher er geht aufs Bisaflor wir setzen einmal Hydropumpe ein um ihn zu verwirren er denkt dann ah der greift mit Wasser an er hat geschildert und beim zweiten Mal wenn er jetzt denkt ach ich habe geschildert dabei war das nur Wasser dann muss ich ja jetzt beim zweiten Mal nicht mehr schilden der hat ja nur Wasser heißt das wir müssen beim zweiten Mal mit Eis angreifen und dann können wir ihn überraschen außer er ist schlau und schildet nochmal ach nein jetzt ist er mit seinem auch noch zuvor gekommen das heißt ich kann zwar mein Eis Move gleich machen aber habe zwei Schilde verballert ich dachte das geht sich noch aus dass wir ihn down bekommen unser Schild noch behalten und alles hängt davon ab lässt er es durch er levert es natürlich ab gut das war Schwachsinn das heißt wir haben eigentlich alles verloren ich könnte jetzt wechseln ich wechsel natürlich nicht ich setze alles auf eine Karte Surfer war voll Surfer kommt aber nicht mehr durch denn das Labras ist tot fertig Flora Statue wir wir nehmen wir nehmen mal das Machomai hauen ein paar mal drauf dass der hier weg ist keiner hat mehr Schilde er hat sein sein Grandbull wieder rein das ist natürlich auch mies mit seinen Feenattacken oder was er da hat gegen uns wir haben ihn aber mit dem Steinhagel weggehauen wir sind jetzt auch sehr effektiv da müssen wir eigentlich jetzt auf Kampf gehen aber es hat natürlich die Steinhagel zuerst genommen das dürfte jetzt nicht so viel ausmachen ja okay sieht eigentlich ganz gut aus sie sind beide down gegangen sie sind beide down guckt euch das an das müsste der 200. Sieg sein das müsste die Goldmedaille sein 200 kämpfe in der hyperliga ewig hat es gedauert sieht man natürlich jetzt nicht sieht man erst wenn wir zurück gehen aber wir machen das set natürlich noch voll wir sind rang 7 rang 7 ist eigentlich ganz interessant wie gesagt wenn ich nicht mit euch kämpfe bin ich sehr erfolgreich wenn ich mit euch kämpfe bin ich nicht so erfolgreich wir haben quappo was können wir dem entgegensetzen eigentlich nichts das heißt wir lassen das Giratina drin natürlich wir gucken mal was die Drachenklaue macht wenn ich jetzt ja auch mit Wasser angreifen mit Eis wenn ich mit Kampf angreife im Endeffekt ist er wieder sehr effektiv gegen mich ich ich habe keine Ahnung was er für Moves hat das heißt ich lasse es einfach mal durch wir testen einfach mal der Ramses das ist learning by doing nennt man das glaube ich ich kriege auf die Fresse und sehe dann dass ich was falsch gemacht habe wir nehmen die nächste Drachenklaue mit wir wischen und wischen und wischen einfach fabelhaft zack ich sehe die Energie von ihm selbst wenn er sehr effektiv auf uns trifft trifft uns das gar nicht so sehr und wir sind trotzdem immer noch im Vorteil was will er anderes machen er muss eigentlich auf Eishieb setzen aber Eishieb ist nicht so krass und er macht noch einen Move wir lassen den auch mal durch ich vertraue drauf dass wir das überleben ganz knapp und Drachenklaue hinterher ich habe es euch gesagt guckt euch das an wir machen nach 4 Bier wir machen die Drachenklaue wehrt er jetzt ab ne er wehrt nicht ab er ist raus der kann ruhig meins jetzt wegfetzen dann sehe ich wenigstens was er hat und weil Machoma jetzt komplett down gehen würde nehmen wir natürlich das Labras rein das ist etwas stabiler gegen das Pixie wir müssen sehen dass er jetzt ein paar Schilde einsetzt das abwehrt Eis wäre glaube ich noch mit was greift der an Bruder was ist mit dem nicht richtig aber er hat nicht mit unserem Maromei gerechnet ich will das auch behalten ich lade einfach jetzt alle Moves auf das ist mir jetzt egal keine Ahnung was war da los das ging mir viel zu schnell da habe ich gar nicht durch geblickt das heißt er hat ein Schild verbraucht ich habe ein Schild verbraucht aber ich habe noch ein paar Moves voll gemacht aber er holt sein dämliches Pixie rein entweder machen wir etwas Schaden oder er wehrt ab und wir sind down haben aber immer noch unser Labras wir sind weg jeder nur noch ein Pokémon aber ich habe noch ein Schild er hat kein Schild mehr das heißt die der Surfer knallt voll rein dürfte aber nicht so krass sein wir können nochmal wir können nicht aufladen ich wollte sagen wir können nochmal aufladen was mache ich jetzt wenn ich bis zu Eisstrahl gehen will das dauert glaube ich zu lange wir müssen hoffen dass Surfer schneller voll ist und nochmal rein haut ne haut er nicht ach man es war knapp war es knapp war es nicht knapp schreibt es mal in die kommentare egal nächster kampf überliga dann Eis der zweite ja wir haben eigentlich haben wir schon gold aber wir müssen das fünfer set noch fertig machen ich sage jedes mal wenn ich offline spiele ich mache sie alle kaputt ich spiele mit euch ich verliere komplett hier das ich habe es auch noch nie erlebt noch nie hat jemand togekiss ganz vorne reingesetzt für mich ganz klar ich wechsle auf mein labras aber er kann natürlich nach wechseln das ist halt das problem ich wechsle auf labras und was macht er er tauscht bestimmt aus oder wäre dumm wenn er nicht austauscht obwohl auf was will er tauschen wir lassen es mal durch das schlimmste was passieren kann wäre antik kraft hat er knallt rein ist aber nicht so schlimm der surfer ist eigentlich auch ganz gut sage ich mal hat er deswegen auch abgewehrt aber wir machen mit dem quick boob auch schaden er hat schon mal abgewehrt ich nicht also ich würde beim nächsten mal natürlich abwehren aber dazu kommt es nicht denn ich darf den nächsten surfer zünden wir hauen noch mal drauf mit dem surfer diesmal lässt erst durch wir haben noch etwas energie übrig er holt sein relaxo rein jetzt für mich ganz klar natürlich ich mach noch einen surfer ich wollte sagen ich hole jetzt mein macho mal rein was will er tun kann er nichts machen und bevor das jetzt ich hab aufs Giratina gewechselt ich wollte das macho mal rein holen man vier Bier ich sag es euch nochmal die Konzentration ist weg alles ist weg keine ahnung ich wollte das maromai reinholen jetzt habe ich das Giratina da aber wir haben noch zwei schilde wir machen ein schild mal beim Giratina gucken mal was passiert ne verteidigung sinkt angriff sinkt er macht noch einen move wir lassen den mal durch wenn wir jetzt mit dem maromai kommen haben wir wenigstens noch ein schild und können vielleicht mit den normalen quick moves ihm noch eins mitgeben kraftkoloss macht nämlich mal gar nichts vielleicht fetzt ihn die drachenklaue schon weg so ich glaube es ist sogar besser wenn wir nur ein set durchspielen immer und nicht drei sets machen wenn die leute sehen das video geht eine stunde dann schalten die von haus aus nicht mehr ein ich habe mein move voll wenn ich schilde kann ich den mitnehmen aber ich vertraue drauf dass kraftkoloss richtig dreck ist und deswegen werde ich den so down bekommen geh jetzt mal auf Schattenstoß einfach so weil er hat ja sein Giratina am start so einfach fabelhaft er wehrt natürlich ab aber wir haben noch eine drachen nicht haben wir nicht gut dann kommen wir jetzt mit dem labras zurück und sind tot dann kommen wir jetzt mit dem macho mal rein sind nicht sehr effektiv wir gehen trotzdem aber auf die steinkande was mache ich jetzt lasse ich es einmal durch ich muss zuerst angreifen das heißt das ist sehr gut ich habe noch ein schild sobald er voll hat kann ich angreifen er greift auch direkt an keine ahnung ob das so gut ist drachen glaube okay er greift nochmal an er greift nochmal warum es sieht immer perfekt aus ich denke mal ich habe ihn im Sack und was macht er er haut mich einfach komplett aus den Federn mach etwas schaden mach einmal Steinhagel komm bevor du umfällst hau wenigstens noch einmal drauf aber ich glaube der Steinhagel ist nicht krass genug um den jetzt ich habe nicht mal einfach fabelhaft getroffen das wird nix jetzt hat er auch noch eine Attacke ich war mir sicher zu 100% war ich mir sicher ich gewinne dieses Match und er zerfetzt mich einfach ich verstehe es nicht mach die Kamera aus dann ist alles viel viel besser das heißt wir müssen weiter kämpfen wir müssen das 5er Set abschließen ramses du wolltest dieses mal rang 9 erreichen was brauchst du dazu siege was brauchst du dazu nicht niederlagen was machst du hier verlieren wie passt das zusammen eigentlich gar nicht giratina gegen jetzt hat er auch noch da habe ich wieder keine ahnung er ist auf jeden fall sehr effektiv gegen mich ja ich greife halt mal an ob ich da jetzt das labras hole ob ich jetzt das maromai hole ich habe keine ahnung wir probieren es mal mit dem labras jetzt schreien alle rein du musst das maromai nehmen dafür ist es zu spät aber wir haben hätte ich lieber Eis gemacht jetzt ist er natürlich mit seinem komischen Pflanzen Pokémon wieder im Vorteil er schildert auch nicht weil er ist schlau aber bis ich dran bin wir lassen es einmal durch wir haben noch viel energie fetzt das mich komplett weg ich weiß es nicht laubklinge 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 fetzt rein aber vielleicht schaffen wir es noch den Eis strahl voll zu machen dafür nehme ich auch ein Schild kein Problem bitte lass mich den Eis strahl durch bringen einmal nur einmal es ist voll meinetwegen schilde es halt auch ab ich habe noch ein paar quick moves am start aber er was macht er er wehrt nicht ab sehr effektiv super und der nächste Gegner ist ein marshmallow genau wieder der slime ich dachte beim slime sind wir sowieso im Vorteil warum warum setzt er das ein jetzt weiß ich nicht was sein letztes pokémon ist aber weil geratina schlecht war holen wir natürlich das macho mal rein wir sehen dass es sehr gut drauf klatscht aber er holt ein melotik ich habe ohne spaß in der ganzen gbl season diese letzte vorherige ich habe noch nie gegen einen melotik gekämpft vor allem hat er immer noch zwei schilde was mache ich jetzt ich nehme meins ich hoffe mit den server das wäre jetzt nicht so krass gewesen das hätte ich ruhig durchgehen lassen können jetzt schaffe ich es bestimmt nicht mehr er nimmt jetzt sicherlich ein schild einfach fabelhaft steinhagel schild hau noch schnell drauf komm du kannst was ich glaube an dich ich habe kein schild mehr er hat noch schild und er ist nicht weg so ein fätzchen darf man das sagen ja oder ist ja nichts schlimmes fätzchen jetzt komm bring das giratina rein hol wieder dein komisches slime du hast noch schild ich habe kein schild er macht gleich sein move guck mal wie wenig energie der hat aber der basht mich einfach weg ich sag es dir finster aura sehr effektiv ich ich kann nicht warten man ich muss drachenklaue nehmen ich muss hoffen dass der hier jetzt ach so er hat ja sein schild das habe ich schon wieder er hat ja immer noch sein schild gehabt gegnerisch wieder weg jetzt muss ich auch noch aufs klo wie soll man sich denn da konzentrieren sehr effektiv nichts wunderbar was habe ich geschafft diese folge nichts genau so sieht es aus ist das jetzt schon der fünfte kampf gewesen nein wir haben natürlich noch einen pedo denn jetzt zeige ich euch mal wie man es richtig macht bisher war es nur spaß ja aber weil ich gesehen habe die gegner die können doch schon was auf rang 7 wäre es vielleicht sinnvoll jetzt auch mal ernst zu machen und mal ein richtiges match zu spielen in dem man auch gewinnt mit dem giratina gegen cover irgendwas gegen labras ja das ist aber schön weil wenn er zuerst wechselt kann ich nach wechseln und ihr wisst wir haben das maromai deswegen wechsle ich auch auf das maromai was natürlich sehr effektiv ist seine attacken dürften auch nicht so krass sein gegen das maromai das heißt ich lasse das durch es greift mit surfer an es macht ein bisschen schaden egal welchen move wir machen beide moves sind auf jeden Fall sehr effektiv wir nehmen mal den steinhagel zur not locken mal ein schild raus oder wir besiegen es wir locken ein schild raus okay dadurch dass wir den surfer durchgehen lassen haben sind wir natürlich auch nicht mehr so gut bestückt wir haben ihn aber besiegt komm ein steinhagel auf das nächste egal was es ist einfach steinhagel drauf bevor das maromai tot umfällt wenn er am anfang gewechselt hat heißt das ja er hat angst vor unserem giratina das heißt ich würde das giratina wieder reinholen das ist die taktik dahinter seht ihr wie er sich in die hose pisst der ramses ja gleich sofort ich weiß nicht warum er das kavalanzas ausgewechselt hat es ist ich bin nicht mal sehr effektiv keine ahnung was er da für moves hat aber wenn er es auswechselt dann kann er nichts gegen mich reisen das heißt ich lasse ihn mal durch schlagbohrer ist okay aber nichts besonderes ich habe immer noch zwei schilde er hat nur noch ein pokemon ich habe noch zwei pokemon ähm Eis okay können wir noch machen dann lassen wir lassen es mal ganz gemütlich wenn er jetzt hier sein ich wollte schon sagen da kommen wir ein schild nehmert wir machen wir hauen mal drachenklaue drauf im endeffekt das ist eh nur aqua hobbitze wäre nicht so krass gewesen aber wir hauen trotzdem einmal drachenklaue drauf boah ich nehme den ganzen schreibtisch gleich hier mit einmal drachenklaue drauf jetzt bitte fetz mich halt weg du hast ja noch ein schild ich habe auch noch ein schild wunderbar ist es jetzt so schlau den down gehen zu lassen ich hatte mein move voll aber ich habe es auch überlebt das heißt er muss sein schild eigentlich jetzt auch ausspielen sonst hat er sonst hat er keine energie mehr er muss das schild schilden also er muss das schild nehmen er hat das schild genommen er macht sein move voll ich komme rein ich habe noch ein schild ich bin im vorteil egal was er macht er kann jetzt hier sein move machen ich kann den move abschilden ich kann einmal nachsetzen ich werde sicherlich nicht mehr zum surfer kommen aber es müssten die quick moves reichen ihn hier down zu kriegen ja wunderbar perfekt so muss das aussehen das war perfekt eigentlich war es sehr knapp aber perfekt perfekt knapp gemacht 201 gold wunderbar jetzt müsste hier auch die zusammenfassung kommen es ist sehr schäbig denn ich habe nur zwei ich habe nur zwei matches gewonnen guck dir das an der balken der nimmt einfach überhaupt gar nichts zu 2400 staub wir gehen einmal zurück und hoffen dass jetzt hier die goldmedaille noch reinkommt gewinne 200 tränen äh tränen gewinne 200 trainer kämpfe in der hyperliga haben wir wenigstens geschafft und dann würde ich sagen war es das erstmal ihr seht hyperliga ein starkes pflaster ne wenn ihr tipps habt wenn ihr irgendwie was zu bemängeln habt schreibt es ruhig in die kommentare das war eine kleine gbl folge von mir äh was ist euer hyperliga team mit was kämpft ihr und kämpft ihr normal in der hyperliga kämpft ihr im premier cup schreibt es mal in die kommentare das war es von meiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin peace out vorhaut euer ramses